Habe ich eigentlich irgendwas markiert? Nö, ne? Wir gehen einfach mal hier nach. Wie weit ist das natürlich ein Glück hier? 3000? 100? Warte mal. Wom bin ich denn als weggeritten von? Wer sind die denn? Eskegi, dich macht es nur traurig und mich wütend. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, du hast recht. Dann lass uns jetzt gehen und nie zurückkommen. Nur noch einen Moment. Ihr wollt da rein? Das würde ich euch nicht empfehlen. In jungen Jahren hätte ich, hätten wir das gekonnt. Wir hätten nicht lange nachgedacht, bevor wir uns zurückholen, was unser ist. Ihr habt hier gelebt? Das war unser Fischerdorf. Wir haben alles mit eigenen Händen erbaut. Aber Banditen haben uns verjagt, als sie sahen, wie ertragreich die Fischgründe hier sind. Die Fische hier sind nicht scheu und werden niemals satt. Du machst es schwer zu widerstehen. Vielleicht sehe ich es mir selbst mal an. Das wird nicht so einfach. Warum nimmst du nicht meine Frau mit? Stickler würde diese Hunde nur zu gern nach Haleheim schicken. Was würde das bringen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten umherstreifenden Plünderer auftauchen. Das wissen wir. So sieht es in ganz Lincolnisch hier aus. Doch es wäre ein kleiner Sieg. Eine Gelegenheit, die Füße noch mal ins Wasser zu tauchen. Gehen wir. Es ist immer gut, altes Feuer neu zu entfachen. Zu mir, Stickler, wetzen wir unsere Klängen an Ihren Knochen. Das ist längst überfällig. Sie kämpfen wie Kinder! Okay. Hab ich hier nicht letztes Mal schon alles... Hab du letztes Mal schon alles weggepumst? Weiß ich aber nicht. Ob noch irgendetwas am Leben? Du kämpfst sehr leidenschaftlich, Stickler. Bisher kämpft sie gar nicht. Ist ja gar nichts mehr im Leben, oder? Habt ihr alles schon weggepumst? Blut! All das Blut! Das Wasser wird dich rot färben! Du bist unersättlich! Gefällt mir! Aber hier ist doch gar nichts mehr! Oh, Doktor! Du kämpfst sehr leidenschaftlich, Stickler! Ah, komm nicht! Ich bin wieder mit so einem Hechtsprung. Pop-up! alle das gegner wird sich freuen gehen wir zu meine sonne weg ich bin beeindruckt wie habe ich mich geschlagen stiegler ist eine herausragende kämpferin sie könnte mit den besten drängen auf raubzug gehen vielleicht ist das ihr schicksal du erst sie und glaube mir ich habe es versucht aber sie ist stur sie besteht darauf bei diesem alten hund zu bleiben dann schick sie zu mir wenn du tot bist du scherzt aber ich nehme dich beim wort bis dahin ein kleines sieg level ich habe irgendwie hp verloren warum habe ich denn hp verloren Weiß war ein Artefakt, ne? Welcher Höhe ist denn das? Okay, bewegen wir erstmal das Ding. Ne, es geht nicht, okay. Guck mal, ob das so klappt. Guck mal hier so, ne? Klappt. Wo soll ich das denn hinschmeißen? Kein Feuer? Na gut. Geht gut. Geht's mir mal bitte verraten, warum die nicht zuschlägt? Na jetzt. Na, Tja. Oh, da gibt's ein paar Pfeile. Gleich mal einsammeln. Ich nehme auch noch mit. Dann checke ich mal kurz die Karte. Bei dem Turm waren wir schon, ja? Ui. Hier sind nur noch richtig viele kleine Truhen. Alles klar. Geht's mir mal kurz. Halt. Eine Schlange? Mit nehm Dickicht? Sühnen, leite mich. Naja, sieht ganz gut aus, ne? Ja mein Gott, dann ist das halt so. Wo ist denn das Ding da? Oh mein Gott! 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 Was ist denn wegen unten im Wasser? Warum Wasser seinen Vorrat versteckt? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Oh, Schlüssel. Weiß zwar noch nicht für was, aber für unsere gute Schneebrücke. Oh, eine neue Schnellreise. Das ist eine Schnellreise. sie wurde wohl verriegelt also nur kurz drücken komm schon geil rein ich bin reichert das ist ein Warnzeichen für alle anderen das ist ein Schlüssel das ist ein Schlüssel Blut was ist das? was denn? was ist was? was was was? warum ist was? wer hat das denn geschafft? wer hat das denn umgeschafft? eine Leiche ne die Leiche eines menschlichen Spielers wer hat das denn geschafft da oben zu sterben ne nicht dran ne nicht dran ne nicht dran ne weiß doch mal die Waffe jetzt steht immer ständig Waffe schmeißen und die schmeißt die aber auch nicht meine hier ist offen, sehr gut wenn ich mir was zu essen gönnen wer bist du? irgendwo da oben ne, falsche Seite, ey, boah so, damit haben wir die Schätze dieses landes auch geplündert würde ich sagen, gehen wir mal auf die andere Seite du mit Schmeckes da immer über das Wasser ok, dann haben wir noch einen Schlüssel gut, 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 gut die werden sofort angreifen genau, wo seid ihr? Augen auf, mein weiß er nie das ist schon besser dann tut dann tut du bist aber schön an die nev altri Dampfen! Du schießt die ganze Zeit mit dem Bogen, ne? Jetzt schießt er nicht mehr. Bogenbogenschütze? Bogenbogenschütze? Bogenbogen, jeder vor dem Hand. Der Eck. Hörst du auf, hier mit dem Bogen rumzuschießen? Komm gleich nach oben. Erledigt den Feigling! Ja, Stampfer! Schlüssel! Du bist der Schlüsselträger. Weil du warst der Schlüsselträger. Und Schlüsselträger bekommen. Sehr gut. Ruhenschlüsselträger bekommen. Sehr gut. Ich sag, er hat so viel Brüllen wie er beult. Hier hinter? Oh Gott. Meine Riesentruhe. nix 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 irgendwo sollte der fett am gewinnen was siehst du nicht genug nicht alles gepflündert und hier sind noch zwei stück Minimum W 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